Alleine durch die Raid-Passe, die man mit dem Ticket auch geschenkt bekommt, dass der Wert sich schon ausgleicht und das Ticket eigentlich gar nichts mehr kostet. Weil wer raiden möchte und sich Raid-Passe kauft, der hat ja dann auch so viel bezahlt. An Raid-Passen sozusagen. So, was ist denn jetzt hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wer ist das? Weiß ich nicht. Wie gesagt, dadurch, dass ich mitmache, dauert es natürlich jetzt länger, aber es ist irgendwie spannender. Und die Leute haben halt nichts davon. Ich habe vergessen, hier draufzudrücken. Ich muss nur noch eine drei machen. So, drei ist gut. Ist ja auch der dritte Raid, den wir jetzt hier haben. Und Genaya, auch Dankeschön an dich. Nochmal ein Nilpferd zum Vorbeimachen. Uh, moin, moin, moin. Eins, zwei, drei, Kipp. Moin, moin. Ich mache mal mit. Hey, Darkfire. Hier, guten Abend, Hannes. Zack, schmeckt es dir? Es ist halt ein Weißbier. Und... Oh, shit. Jetzt habe ich natürlich ein Problem, ja. Das ist jetzt hier... Da kann ich ja jetzt gar nicht weitermachen. Eigentlich. Da ist es Shiny. Das ist nicht mein Shiny. Das ist euer Shiny. Beziehungsweise das wird euer Shiny. Wo es natürlich doof ist, weil jetzt ist Dienstag. Am Dienstag ist normalerweise der... Ähm... Mache ich immer das Gewinnspiel, aber... Vielleicht haue ich diesmal am Donnerstag das kleine Gewinnspiel-Video raus. Es geht ja nur darum. Und... Ich sage jetzt schon, wie viele Rates waren nötig, um dieses Shiny zu bekommen. Heute in der Sendung. Das könnt ihr ja mal als optionale Nachricht dann mit reinschreiben. Dann habe ich jetzt das Problem. Dass ich eigentlich gar kein Problem habe. Das heißt, ich... Dann lade ich halt jetzt nur noch ein und mache nicht mehr mit. Mein Gott, machen wir es halt so. Das heißt, ich...